Moin Freunde, was geht und willkommen zum Spieltagsschnack vom Rückspiel in der Relegation 2022-2023. Der Hamburger Sportverein unterliegt dem VfB Stuttgart mit 1 zu 3 und damit insgesamt mit 1 zu 6 und zieht damit auch im fünften Anlauf nicht in die erste Fußball-Bundesliga ein. Der VfB Stuttgart bleibt erstklassig und da auch meinen herzlichen Glückwunsch, denn der VfB Stuttgart ist ein Verein, der auch definitiv in die erste Liga gehört, sowohl von der Historie als auch einfach von der Fanszene, weil die auch einfach zu den Besten des Landes gehört. Und ja, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, deswegen ja, Glückwunsch auf jeden Fall in Schwabenland und ja, ich habe jetzt absolut gar kein Skript, deswegen wird das hier nicht wirklich ein strukturiertes Video. Vielleicht einige Cuts, um dann die Pausen, die ich mache, zu überdecken. Vielleicht vergesse ich auch Sachen zu sagen, die ich sagen wollte, dann kommen hier ab und zu nochmal ja, ein paar flüsternde Töne, die ich in meinem Mikrofon spreche aus dem Off oder ein schwarzer Bildschirm ist, keine Ahnung. Äh, ja, kommen wir erstmal zu allem vor dem Spiel, da muss ich erstmal was Blaues finden, denn ich bin tatsächlich jemand, ich habe nicht so viele Trikots, beziehungsweise die meisten meiner Trikots, dann bin ich inzwischen rausgewachsen, die hatte ich halt vor allem früher. So die einzigen Trikots, die ich noch habe, sind ein weißes und ein rotes, deswegen war das heute nicht drin, weil das Motto war ja alle im Blau. Und dann hatte ich die Wahl zwischen einem Rangers-Trikot, was mir eigentlich auch wieder zu klein gewählt worden ist, so gerade so, oder einem blauen John Cena T-Shirt von vor sechs Jahren, um dem Motto treu zu bleiben, weil einen blauen Pullover konnte ich nicht anziehen, denn dafür war es ein bisschen zu warm und das auch ganz am Ende noch. Und auf der Nord ist es eh gefühlt immer fünf Grad wärmer, als es eigentlich ist, deswegen war das absolut nicht drin. Am Ende ist es das Rangers-Trikot geworden, weil mehr Fußballbezug und mehr Blau, weil da ist noch so ein, bei meinem John Cena-Shirt, so ein ganz fetter John Cena vorne drauf, das hätte auch nicht so viel Sinn gemacht. Und da ich auch durch eine Ernährungsumstellung in den letzten Monaten 20 Kilo abgenommen habe, passt mir auch jetzt das Rangers-Trikot inzwischen wieder, wie ich gerade herausgefunden habe. Nette Sache so. Ja, dann gehen wir ins Stadion. Leider Gottes bin ich wegen Arbeit nicht rechtzeitig gekommen, noch ein paar Sticker für den Sommer halt eben zu kaufen, aber ich bin noch ganz gut versorgt. Da ich mir tatsächlich damals beim 6-2 gegen Stuttgart, ich habe mir damals so viele Sticker geholt, dass ich einfach bis heute noch ein paar davon habe. Ja, deswegen, da bekomme ich noch ganz gut über die Runden. Dann halt eben nach meinem Supporters-Club meinen Antirassismus-Digger geholt, so. Das hat noch gepasst, ja, alles davor. Ihr merkt, das ist ja einfach, ich labere einfach irgendetwas, was gerade in meinem Kopf ist. Sehr, sehr ungeplant. Bin an den Block, jetzt gibt es ja auch heute, ich weiß jetzt nicht, ob das bleibt oder nicht, gibt es ja jetzt so einen Stempel, den man quasi bekommt, weil mit Karten für den A-Rang auf der Nordtribüne sollte man jetzt halt über die Treppen von der Nord halt eben reingehen, was auch tatsächlich vom Warten her super entspannt war. Ich habe, glaube ich, eine Minute gewartet, wenn überhaupt, so. Und das etwas über eine Stunde vor Spielbeginn, so. Das ging nochmal deutlich schneller als normalerweise über die Ecken, weil ich bin normalerweise, weil ich komme halt meistens über den Parkplatz, ähm, ja, gehe ich da direkt über die Ecke rein. Aber, ja, hat gut funktioniert, besser als ich dachte vom Einlass her. Und dann kriegt man jetzt halt eben diesen Stempel oder, ja, einfach das auf den Arm, dass man halt eben, wenn man dann in den Block reingeht, das zusammen mit dem Ticket vorzeigen muss, damit halt eben keine Leute reinkommen, die halt eigentlich keine Tickets haben, die halt eben reingeschleust werden. Äh, ja, bisschen schade für die Zukunft, dass man da Leute aus dem Fanklub nicht mehr reinschleusen kann, aber ich verstehe natürlich die Gründe dafür absolut. Und ich muss auch sagen, ich bin interessiert daran, ob das Einfluss auf den Support der Nord nimmt, weil heute fand ich Nord, und das wird wahrscheinlich vor allem halt eben bei den, um die, wegen den Bedingungen, diese Spielzeiträume liegen halt extrem stark, äh, da würde ich deswegen gerne mal wissen, wie das bei einem neutralen, normalen Heimspiel dann quasi wirkt, wenn dann auch nur die Leute da sind, die halt Karten dafür haben. So, aber gibt für beides einfach Pro- und Kontra-Argumente. Denn ich persönlich fand jetzt die Nord auch bei Keimspiel dieser Saison so überfüllt, dass es jetzt irgendwie, ja, komplett scheiße war, sag ich mal. Aber das kann ja auch an anderen Stellen ganz anders ausgesehen haben. Deswegen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, da hieß es auch erst, dass es Bändchen gibt. Das wurde dann, glaube ich, nochmal in diesen Stempel hier umgewandelt, weil Bändchen kann man letztendlich auch dann selber mitnehmen, aber ist auch egal, äh, ja. Und dann, ja, der Support rund um das ganze Spiel herum hat mir sehr gut gefallen. So, gerade am Anfang war das Publikum da, weil das war so eine Sache, das hat letztes Mal bei der Relegation gegen Hertha BSC nicht so gut funktioniert. Da war irgendetwas los mit dem Publikum. Irgendwie ist da der Funke nie übergesprungen. Und als dann Hertha geführt hat, kam da eigentlich nicht mehr wirklich etwas. So, da hat man dann nur noch vor allem die Hertha-Fans gehört gehabt, so. Obwohl wir da mit einer Führung reingegangen sind, so. Deswegen rein vom Support her hatten wir das letzte Jahr auch absolut gar nicht verdient. Heute war es anders. Heute war die Euphorie da. Und auch ich war sehr euphorisch nach diesem 3 zu 0, was auch eigentlich viel höher, also mindestens 5 zu 0 hätte sein müssen, weil Stuttgart war mindestens eine Klasse besser im Hinspiel, so. Und hat da auch viele Chancen liegen gelassen. Dank Daniel Hörer-Fernander, das hatten wir überhaupt noch, so eine ganz kleine Hoffnung. Ja, mit viel Hoffnung bin ich trotzdem reingegangen, weil ja, auch wenn unsere Chance der Fan nicht gering war, sollte man nie aufhören, an Wunder zu glauben. Und das Spiel ging dann auch perfekt los. Sechste Minute oder so, Sonny Kittel, zieht ab, Ball klatscht vom Pfosten rein. Und ich glaube, das war somit das geilste Tor überhaupt im Stadion. Was sind so die nicesten Tore, die ich im Stadion gleich mitbekommen habe? Weil ich gehe seit 2017 halt wieder aktiv zum HSV. Ich war halt früher natürlich als Kind hier und da immer mal mit, aber nie so wirklich aktiv einfach. Aber 2017 ging das dann bei mir eben so richtig los. Dann ab 2018, ab der 2. Liga halt die Dauerkarte. Ab 2019 die Dauerkarte nachher eben auf der Nord. Ich war halt eben erst im Oberrang auf der Ost und bin dann halt, hab dann einen Umplatzierungsantrag gestellt und bin dann sofort nach einem Jahr auf die Nord gekommen, glücklicherweise. Und die Karte habe ich bis jetzt auch. Und werde die natürlich auch nicht abgeben. Das ist ja ganz klar. Ja, ich habe vergessen, womit ich angefangen habe. Ach ja, genau, geilste Tore. Und da denke ich halt zurück an das Tor von Aaron Hunt gegen Schalke zum 3 zu 2 in der Abstiegssaison gegen den damaligen Tabellenzweiten. Schalke 04. Muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Nächstes Jahr treffen wir uns zum zweiten Mal in drei Jahren in der 2. Liga. Absolut traurig, wie es mit diesem Verein einfach aussieht. So, ja, dann natürlich Bacariatas Ausgleichstor gegen Leipzig. Im Pokal 2019. Auch absolut großartig, was das für eine Euphorie ausgelöst hat. Und ja, dann auch jetzt jüngst erst im Derby gegen St. Pauli. Absolut super Tore. Rein vom Feeling her. Aber jetzt dieses 1 zu 0, das war der Wahnsinn. Ich habe noch nie so gesehen, wie die Nord so ausgerastet ist. Ich habe normalerweise, ich habe immer eine Cola, über die ich mich so die ganze, halt den Hals feucht halte über die ganze erste Halbzeit, um halt einfach dann der zweiten auch noch volle Kanne geben zu können, dass die Stimme da nicht schachmatt geht, weil das gerne mal dann passiert bei mir. Und ja, die Cola habe ich dann nach 6 Minuten, als der Torjubel kam, nie wieder gesehen. Die ist dann irgendwo über der Nord verteilt worden. Ich konnte die nicht festhalten, aber es war mir so scheißegal, man. Wir haben 1 zu 0 geführt. Und das war eigentlich das perfekte Szenario, auf das man gehofft hat. Früher ist 1 zu 0 und dann komplett vorher unter den Hintern und dann halt eben ja mit dem Stadion an der Seite Stuttgart, bei der es dann in die Köpfe geht, unter Druck setzen und dann vielleicht halt eben nachlegen können. Leider Gottes hat es dann nicht mehr so gut funktioniert. Stuttgart ist danach besser ins Spiel gekommen, hat uns wirklich kaum Räume gegeben, um da halt noch irgendwie gefährlich zu werden, weil wenn, dann waren es halt eher Standards oder einfach Flanken, die wir halt eben reingeschlagen haben, die da wirklich für Gefahr gesorgt hatten. Und ja, was ich auch ein bisschen schade fand, ich bin zwar insgesamt super positiv überrascht, von der Stimmung, weil ich halt ein bisschen Angst hatte, dass es wieder gegen Hertha wird letztes Jahr. Aber diese Euphorie war einmal geil. Dann haben sich auch wirklich viele an das Motto alle im Blau gehalten, Gott sei Dank. Es hätte natürlich immer noch besser sein können, da waren immer noch viele in Weiß, hier und da, pinke Flecken, sage ich mal. Aber mein Gott, okay, es kriegt jetzt auch vielleicht nicht jeder mit, deswegen ging das schon absolut fit. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich das Ganze angefangen habe. Und dieses Mal komme ich gerade nicht wieder drauf, was ich sagen wollte. Ja, genau. Ich finde, da hat dann leider Gottes der Support ein bisschen nachgelassen. Er war immer noch gut, aber dieses Euphorische von allem bis zum Tor, das war dann irgendwie so ein bisschen weg. Ich glaube, weil es da wieder spannend wurde, weil wir da wirklich so ein bisschen dran geschnuppert haben, jetzt rankommen zu können mit der frühen Führung. Ich glaube, das könnte es vielleicht ein bisschen gewesen sein. Ja, Support war immer noch gut, aber dann kam halt eben nicht mehr so viel her. Es gab eine Choreo, die übrigens auch wunderschön war. Aber auch, ich finde das halt immer wirklich stark, wenn halt eben auch so Choreos-Worten mit ganz vielen kleinen Pappen ein Bild entsteht. Wenn das über die Steher auch gut gemacht wird, beziehungsweise gut rübergezogen wird, weil das ist ja auch immer eine Herausforderung, weil da kannst du die einfach nicht perfekt legen, so da kannst du dann immer schief gehen. Da gab es dann immer noch so ein bisschen ein Kampf mit der Loge, dass die auch bitte bloß ihr Plakat, äh, ihre Folie da wieder. Folie, ich kann gar nicht mehr reden, aber ihr wisst, was ich meine. Zumindest jeder, der es gehört hat und gesehen hat, dass die das mal wieder rüberziehen über die Banner, dass die ganze Zeit da abgegangen gab. Es gab immer Jubel, wenn sie es gecheckt haben. Aber okay, so gut versteht man wahrscheinlich auch den Kapo da oben nicht. Deswegen ist halt so, am Ende hat es halt ganz gut geklappt. War eine sehr schöne Choreografie. Und dann, ja, ich nehme jetzt gerade Sachen vom Vorspiel nach, nachdem ich schon über das Spiel gesprochen habe, ja, haben wir halt allerdings über die zweite Halbzeit kaum Chancen gehabt, noch Tore zu machen. Es gab das Tor für Stuttgart. Ich habe keine Wiederholung gesehen, deswegen keine Ahnung, ob es korrekt war, dass da der Video erst hin eingegriffen hat. Absolut euphorischer Jubel, als das Tor zurückgenommen wurde wegen Abseits. Und da war trotzdem die Hoffnung immer noch voll da. Und dann hatten wir trotzdem noch eine Chance. Ich weiß nicht mehr, ob es durch einen Freistoß war oder nur eine normale Flanke. So eine Kopfballgelegenheit, wo der Keeper gerade noch so rankommt, wäre der drin gewesen. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre, ob wir es dann wirklich geschafft hätten. Weil die zweite Halbzeit wäre wahrscheinlich trotzdem noch ähnlich passiert, wie sie passiert ist. Aber ist es nicht passiert. Und somit gehen wir dann eben mit 1-0 in die Pause. Die Hoffnung ist volle Kanne da. Und dann geht es in die zweite Halbzeit. Und da, ja, 48 Minuten war es, glaube ich, gibt es dann die kalte Dusche. Tor für den VfB. Und, ja, das war dann so ein bisschen nicht der endgültige K.O.-Schlag. Weil es waren immer noch trotzdem, ja, es war halt quasi wie vor dem Spiel. Aber das war ein ultimativer Dämpfer. Hat sich auch ein bisschen abgezeichnet, weil Stuttgart immer besser reingekommen ist. Und, ja, ich glaube zum Jubel des Stuttgarter Spielers mit der Nummer 9, keine Ahnung wie sein Name ist, muss ich nicht so viel sagen. Ich habe da nämlich nichts Nettes zu zu sagen. Ich kann es nur halt einfach absolut nicht nachvollziehen, wie man so wirklich jubeln kann in so einer Situation. Ich würde so einen provokanten Jubel Richtung Tribüne verstehen, wenn es da die ganze Zeit irgendwelche Spielgesänge gibt. Oder wenn es ein Derby ist, dann natürlich absolut gehört das dazu, auch wenn es gegen uns geht. So, aber in so einer Situation, wo man immer noch mit zwei Toren führt, dann quasi so nochmal nachzutreten, habe ich absolut kein Verständnis für. So, war eine absolute Scheißaktion vom Stuttgarter, da braucht er sich nicht wundern, wenn dann das Publikum halt auch beim zweiten Tor so reagiert, wie es reagiert. So, Sachen nach Spielern zu schmeißen, ist absolut nicht schön. Sollte man nicht machen, aber er hat es leider auch ein bisschen provoziert, weil so etwas passiert halt leider Gottes. Und damit will ich es nicht relativieren. So, Sachen nach Spielfeld schmeißen geht absolut nicht. Aber die Aktionen haben da halt einfach nicht geholfen. Es gab dann auch eine Rudelbildung und da kommen wir einfach zum 2 zu 1. Ja, leider ein krasser Fehler von Heuer-Fernandes. Mit dem 2 zu 1 waren dann die Träume endgültig besiegelt. Aber wenn sich einer bei uns einen Fehler leisten darf, dann ist es Daniel Heuer-Fernandes. Der hat es überhaupt möglich gemacht, dass man noch so ein kleines bisschen hoffen konnte durch seine Aktion im Hinspiel. Der hat uns so auf den Arsch gerettet, so Heuer-Fernandes. Er ist derjenige, der sich am meisten Fehler erlauben kann. Scheiße, dass es passiert ist, aber Fehler passieren, Fehler sind menschlich. Und Heuer-Fernandes ist also so ziemlich unser bester Spieler über die gesamte Saison. Und das ist die zweite Saison in Folge gewesen. Deswegen, ich hoffe, er steckt das weg. Ich hoffe, wir können ihn halten. So, das klang ja alles sehr gut, was man so nach dem Spiel gehört hat von ihm. So, war doch offensichtlich sehr gerührt. Und auch stark, wie die Tribüne ihn den Rücken gestärkt hat. Und dann, als es vorbei war, wie der Support einfach noch immer weiter beflügelt wurde. Und das ist auch eine Sache. Ich habe wirklich Stuttgart über das komplette Spiel so gut wie gar nicht gehört. Was kein Front ist gegenüber Stuttgart. Das will ich nur mal gesagt haben. Denn Stuttgart hat, wie schon gesagt, eine der stärksten Fähigkeiten in Deutschland. Die Kranstädter Kurve ist da ganz vorne mit dabei. Und auch auswärts sind sie immer, habe ich halt gute Erinnerungen an Stuttgart. Und ich bin mir auch sicher, dass sie heute sehr viel gegeben haben einfach. Aber unser Support war einfach so gut, dass es halt eben, ich nicht so viel gehört habe. Und jeder, der schon in der Kurve war, der weiß, wenn die eigene Kurve laut ist, hört man halt die Gäste nicht, auch wenn die sehr laut sind. Zumindest in der eigenen Kurve, weil man da halt einfach steht. Deswegen, positive Randnotiz, wie gut die Stimmung dann da einfach ist. Und das war jetzt, wie gesagt, nicht um die Stimmung der Stuttgart da irgendwie runterzumachen. Denn hier und da hat man sie trotzdem gut gehört. Und ja, dann fällt halt irgendwann noch das 3 zu 1. Und ja, das war am Ende auch scheißegal. Von vorne bis hinten, niemanden hat es gejuckt. Es wurde einfach weiter supported dann am Ende. Bei Hamburg lieb ich sehr gesungen, sehr schön. Und auch schön, dass da die Stuttgarter nichts allzu lautes angestimmt haben währenddessen. Sondern das halt einfach dann, ja, uns haben machen lassen. Und ja, damit geht das Spiel dann zu Ende. Stuttgart kann feiern und wir haben unsere Mannschaft auch gefeiert. Denn der Mannschaft mache ich keinen Vorwurf. Ja, vielleicht wäre im Hinspiel ein bisschen mehr drin gewesen. Aber letztendlich war da Stuttgart einfach offensichtlich eine gute Klasse, einfach besser gewesen. Da haben wir kein Land gesehen, gerade mit dem guten Gegentor, der roten Karte und dem Stadion, was natürlich voll hinter dem VfB stand. So, das ist nicht einfach. Und wenn man da halt eben mal 3 zu 0 verliert gegen ein Team, was dreimal so viel wert ist, dann ist es einfach so. Da kann man dann halt einfach nichts gegen machen. So, und heute hat die Mannschaft alles reingeworfen, eine grandiose erste Halbzeit gespielt. Eine der besten Halbzeiten, der geilsten Halbzeiten, die ich einfach vom ganzen Umfang her beim HSV bisher erlebt habe. Und deswegen kein Vorwurf daran, in der zweiten Halbzeit hat man den Klassenunterschied ja gesehen. Heute hätten wir uns einen Unentschieden verdient gehabt. Hätte uns natürlich auch absolut nicht weitergebracht. So, das 3 zu 1 ist, da finde ich dann schon zu hoch. Dann hat Stuttgart das nachgeholt, was sie halt eben im Hinspiel liegen gelassen haben. Deswegen vom Gesamtergebnis, wenn man beide Spiele zusammennimmt, hat Stuttgart drei Halbzeiten gewonnen. Deswegen geht es halt auch Viertel insgesamt. Aber, wie gesagt, heute hätten wir vielleicht noch einen Unentschieden mitnehmen können. Wäre natürlich ganz nett für den Kopf, aber ist am Ende auch scheißegal. Am Ende steckt der VfB auf, Glückwunsch noch einmal und wir bleiben erneut in der zweiten Liga. Und jetzt sind wir wieder hier und kriegen wieder die ganze Häme ab. Aber das ist mir scheißegal, weil wir haben am Ende gezeigt, wie sehr wir alle zusammenstehen. Und das war ein wunderschöner Moment. Und da hat man wieder einfach der Stolzteil dieses wunderbaren Vereins zu sein einfach überwogen. So vor der Trauer wieder abgestiegen zu sein, nicht abgestiegen zu sein, in der Liga zu bleiben. Weil da konnte man sich seit Stadthausen, weil wir wussten, Stuttgart ist so ziemlich der schwerste Gibner, die wir hätten bekommen können in der Gelegation. Vor allem nach dem Hinspiel hatte man sich darauf einfach auch schon im Kopf wieder drauf eingestellt. Und deswegen einfach der Stolzteil dieses Vereins zu sein, überwiegt mal wieder. Ich glaube, so klang ich auch gegen Hertha. Ich glaube, so klang ich auch nach den verlorenen Dich-Pokal-Halbfinalen. Aber am Ende ist es so, auch wenn man scheitert, es geht immer weiter, man steht zusammen. Und das ist das Allerwichtigste. Ja, und dann gibt es natürlich auch wieder Häme von den St. Pauli-Fans. Meinetwegen, freut euch. Ich finde es sehr sympathisch, dass sie sich darauf freuen, dass wir sie nächste Saison im Stadtteil wie zweimal besiegen werden. Muss ja jeder selbst am Ende wissen. Und ja, dann, wie geht es weiter? Die Trainerfrage steht natürlich aus. Über Jonas Bolt gibt es Diskussionen. Ja, ich bin immer noch in dem Team, dass wir so weitermachen wie bisher. Weil wir haben letzte Saison mit Walter unsere beste zweite Liga-Saison gespielt. Und diese Saison nochmal eine bessere. Mit einer Saison, mit einer Punkteausbeute, mit der man normalerweise in jeder anderen Saison aufsteigen würde. Außer in der, ich glaube 16, 17 war es. Mit Braunschweig, die hatten auch 66. Aber ja, normalerweise reicht das. Dieses Jahr nicht, muss man so sagen. Aber ich bin halt eben dafür, weiterzugehen. Weil die Mannschaft auch nach wie vor hinter Walter steht. Allerdings kann ich auch jeden sehr gut verstehen. Und vor allem die Argumente, die gegen Walter sprechen, dass wir es wieder nicht geschafft haben, mit dem höchsten Etat einfach wieder nicht aufzusteigen. Und dass natürlich auch sein System durchaus seine Kritikpunkte hat, sage ich einfach mal. Das ist auch offensichtlich. Deswegen, ich verstehe jeden, der jetzt den Weg mit Tim Walter nicht mehr weitergehen möchte. Und würde mich jetzt auch nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt. Aber bin trotzdem nach wie vor eher im Team weiter daran festhalten. Und mit Walter in der neuen Saison angreifen. Und ja, das sind jetzt so alle Sachen, die ich jetzt so ein bisschen zu sagen habe. Keine Ahnung, ob mir bestimmt noch irgendwas eingefallen ist. Dann habe ich das bestimmt irgendwie noch damit eingesprochen. Und ja, ich würde mal sagen, damit sehen wir uns dann in der nächsten Saison wieder. Ich hoffe, dann alle guten Dinge sind sechs. Ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr mit fünf schon gesagt. Aber egal, wie gesagt, das geht immer weiter. Deswegen einfach weitermachen, alles geben, alles für den HSV. Und wer weiß, wenn ein paar Sternzeichen gut stehen, kommt vielleicht mal wieder ein Stadionvideo aus Kopenhagen zum Start der neuen Saison. Weil ich in der Nähe tatsächlich im Urlaub bin, wenn ungefähr die Saison starten müsste. Mit ein bisschen Glück bin ich dann da auch am Stadion mal am Start bei Kopenhagen. Und ja, bei unseren Freunden. Und guck mal, was so geht, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Stadionvideo machen. Und so mal auf die guten Zeiten angelehnt. Weil, wie gesagt, beim HSV tue ich es nicht mehr. Zumindest nicht, solange ich halt eben auf der Nord bin. Und da ich nicht vorhabe, von der Nord zu verschwinden, wird das auch einfach so bleiben. Und ja, mal gucken, ob das klappt. Ich freue mich auch, dass wir ein Auswärtsspiel bei den Rangers haben. Wird mal wieder Zeit. Das hat zwar, glaube ich, an wie im Winter 2011 oder so. Keine Ahnung. Da ist Hotswar gewonnen, aber ich glaube, da waren auch irgendwie nur 12.000 Zuschauer. Aber deswegen, cool, dass es wieder stattfindet. Vielleicht ja dann ein Jahr darauf wieder in Hamburg. Kann man ja gerne machen und da freuen. Und dann, ja Leute, einen schönen Sommer. Ganz so weiß die Saison nicht. Unsere Frauen spielen auch in der Relegation. Ich glaube, gegen Viktoria Berlin geht es. Ich war leider viel zu dumm, mich rechtzeitig um Karten zu kümmern. Obwohl ich sogar eher herangekommen wäre wegen UFC. Ja, habe es dann leider. Ich habe jetzt leider heute auf Twitter gesehen, weil ich mir jetzt noch Karten holen wollte. Das ist wohl ausverkauft, das Spiel, das Heimspiel. Schade, aber ich hoffe, dass jeder, der da ist, die Mannschaft dann auch wunderbar supportet. Das ist dann dieses Jahr in der Relegation, weil dieses Jahr für die Frauen in der Relegation auch nicht gereicht, leider Gottes. Dass es dann dieses Jahr zumindest für die Frauen hochgeht. Und ja, deswegen, jeden, der da im Stadion ist, der eine Karte bekommen hat, so supportet sie. Alles für den HSV. Und dann sehen wir uns und hören uns in der neuen Saison wieder. Nur der HSV für immer und ewig. Ich sage ciao und bis in ein paar Monaten. Und dann sehen wir uns in der neuen Saison wieder. Und dann sehen wir uns in der neuen Saison wieder. Und dann sehen wir uns in der neuen Saison wieder. Und dann sehen wir uns in der Saison wieder. Und dann sehen wir uns in der Saison wieder. Und dann sehen wir uns in der Saison wieder. Vielen Dank.